. 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 Ey, schau dir eines, wenn der gleich aus deiner Wohnung rauskommt, dann nehmen wir den Hopsch. Den bringen wir schön zu Boden, dann geht er für fünf Jahre im Knast. Ah! Ah! Na ja. Ich hab dir gleich gesagt, dass der was auf dem Karpolt hat. Dann hast du ein paar Getränke dabei. Irgendwie sind die Kekse warm, sind ja nicht trocken. Aber lecker. Ah, ah! Ja. Die sind ja schon alle. Ah! Du hast auch eine eigene Schütze da. Äh. Die fünfte Staffel von Da kommt Kalle. Ab 1. Oktober, jeden Samstag um 19.25 Uhr im ZDF. Mit dem zweiten sieht man besser. Mit dem zweiten sieht man besser. Wenn die fünfte Staffel von Da kommt. Die fünfte Staffel von Da. Die fünfte Staffel von Da. Da ist ja schon alle. Die fünfte Staffel von Da.